Atze! 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 Klett auf! Atze! 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 Weitere! Atze! 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 Was ist denn das für ein Lärm hier? Wir haben kein Mikrofon für die Aufnahme, das wird zu leise. Was ist denn das hier? Hallo? Hallo? Wo? K... Claudius? Wisst du wo, wie hier die landet sind? Boah, Alter, steht auf der Ecke in den Kopf. Also, ich muss ja sagen, wenn die Erdlinge so... Wo sind wir hier überhaupt? Was ist denn das für ein Ding? Was ist denn das für ein Ding? Und da ist ins von diesem Kahn so ein stinkende Ding. Boah! Was ist denn das alles? Alter Schwede, hier muss ja voll die fette Party gewesen sein. Aber ich... Wisst ihr alle, wo wir hier sind? Und wieso ich die anderen nicht wach kriege? Kaimanisch? Vorhuchs! Ach, Claudius. Wieso bist denn du eigentlich schon wach? Was machst du hier? Was machst du denn da? Ey, du kannst doch nicht einfach den Kaimanisch sammeln. Geht's dir ja mal jetzt wieder? Bist du noch ganz knusprig? Was machst du denn da? Ey, hör auf mit die Scheiße. Geht's dir noch gut? Was machst du denn mit dem Kaimanisch? Du, du musst jetzt ja noch nicht offen. Du siehst doch, dass die noch alle in die Seile sind. Aber du kannst mir mal helfen. Mach mal den Kraft da drüben aus. Mensch, Claudius, ich meinte doch nicht die Lampen, ich meinte das Radio. Hast du nicht durch die Rauschen gehört? Ja, ich sehe an dein Glück, dass du das hast. Genau, das meinte ich. Gut hast du das gemacht, Claudius. Ich glaube, so geht das erstmal. Das ist erstmal der Lärm weg. Aber kannst du mir mal vielleicht sagen, was wir hier mit den Bienen machen sollen? Ich weiß ja auch nicht, wie ich die hier weckle. Ich weiß ja auch nicht, wo wir hier sind. Und ich krieg die nicht munter. Kannst du mir helfen, dass wir die Bienen ein bisschen wecken? Warten, kannst du jetzt oder kannst du nicht? Oh, Alter. Du kannst doch, ich hab doch das Ding hier. Da kannst du doch mit mir kommunizieren. Ist doch viel einfacher. Hör auf mich so an zu blinken. Ich hab Kopfschmerzen. Kopfschmerzen? Oh. Das hält doch der stärkste. Aber sperr nicht aus. Alter Schwede, die Erdlänge sind echt krass. Muss ich ja mal sagen. Was die hier so feiern? Und vor allem mit was für gefährlichem Zorn? Ich hab schon gedacht, der sprengt mir hier den halben Platz in die Luft. Aber ich weiß ja nicht, wie wir hierher gekommen sind und was das hier alles ist. Ich meine. Also, weißt du, wo wir sind? Ach du auch nicht. So eine Scheiße. Was machen wir da? Und hier sieht das aus wie nach einem Volltreffer. Ich glaube, dass... Also, der jetzt mein Raumschiff hier, ich würde denken, das ist explodiert. Boah. Also, ich weiß nicht, ob ich nochmal so eine Party mache. Das ist ja fürchterlich. Aber ich weiß ja nicht, wie ich die wacke. Ich glaube, das Beste wird sein. Ich leg mir nochmal hin und schlaf noch ein bisschen. Also, ich hoffe, ihr habt euch gut von eurer Party erholt. Und seid gut ins neue Jahr gekommen. Ich halte nicht mehr aus. Die Blinke macht mich wahnsinnig von diesem Roboter. Ab говор她 auf. Gabert Rogers bei konnte. Du hast Gruppe gedacht. Bei denen muss das gering, was사 mage nicht mehr herinnern? Das war wohl jetzt. Vi fühltu euch ab. aber wird das Gefühl kikt generations Nachles gewert. Du musst alle millimeter Twelve abs gehen? Auch gekommen bist Förder auf den organisations. Verastaρídens œufchen? Überraschauen. Dieser Neовать z Elebs assembled. Untertitelung des ZDF, 2020